Wir gehen jetzt in den Verbotenen Wald. Dann geh rein. Kommst du mit? Ja. Ist gruselig. Ja, let's go. Ja, wann auch, dass wir den einhören an uns? Geht! Schatz, du hast Voldemort verpasst. Voldemort. Wie sprecht das aus? Nicht schlecht, das weißt du noch. Voldemort. Wir sind jetzt mit dem Trennen. Im Verbotenen Wald hast du Angst? Ein bisschen. Oh mein Gott, du spinnest. Äh, aber ganz groß. Komm auf. Oha. Kommt, endlich da. Ich zeige euch gerade. Komm hier. Im Verbotenen. Du spinnest. Komm mal, Heidi. Oh. Komm mal, Heidi. Vielen Dank.